Die Geschichte des Internets in Deutschland lässt sich nicht erzählen ohne den Verein, der sich seit 35 Jahren für weltweite, ungehinderte Kommunikation einsetzt. Den Chaos Computer Club, kurz CCC. Und die Hackerinnen und Hacker aus seinen Reihen, die seit den 80er Jahren immer wieder mit spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam machen. Das Kennwort 1, 1, 1, 1. Sie werden zu Staatsfeinden erklärt. Ich komme abends nach Hause vom Diskettenkopieren im Computershop oder so und mache die Tür auf und das Ganze hinter der Tür steht einer mit der Wumme. Dringen in die Computer von Militär und NASA ein. Challenger, war gerade aktuell, Tschernobyl war aktuell. Und ich hoffe, wir wollen nicht mehr Challenger. Und mancher verliert dabei erst seinen Verstand und dann sein Leben. Angst habe ich dann bekommen, als Karl richtig verrückt geworden ist. Heute scheint der Club in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Eine Autorität der bundesdeutschen Digitalgesellschaft. Zudem ist es sicherlich so, dass wir heute viel mehr als früher als Experten wahrgenommen werden. Und ich glaube, unbestritten ist die Kompetenz. Eine Kompetenz, für die sich zunehmend auch die Politik interessiert. Warum soll nicht in einer großen Krise von Angriffen auf das Internet der Sachverstand des Chaos Computer Club auch genutzt werden können? Aber wofür steht der Chaos Computer Club heute? Wie wurde aus dem Treffen einiger Hamburger Computerfreaks ein Hackerverein, dessen Expertise beim Bundesverfassungsgericht genauso gefragt ist wie beim NSA-Untersuchungsausschuss? Und wie geht der Club mit seinem gesellschaftlichen Einfluss heute um? Was genau also ist die Geschichte des Chaos Computer Club? 1981 wird der Chaos Computer Club von Herbert Holland Moritz, genannt Vau Holland, ins Leben gerufen. Durch eine Zeitungsannonce in der Tageszeitung Taz. Rund 20 Menschen kommen daraufhin zusammen, um darüber zu diskutieren, wie Computer die Welt verbessern können. Das zumindest ist die romantische Vision Hollands. Doch es dauert nur acht Jahre, bis der Club aus dieser Anfangsidylle gerissen wird. Anlass ist der Tod von Karl Koch. Die Polizei findet den Hacker im Mai 1989 verbrannt in einem niedersächsischen Waldstück. Später kommt raus, Koch hat seine Programmierkünste für zwielichtige Geschäfte mit den Sowjets genutzt. Hans Hübner, genannt Pengo, ist in dieser Zeit mit Koch befreundet. Mein Interesse war eher auf den Moment orientiert. Also ich wollte gerne hacken. Ich wollte halt gerne in Computern rummachen und von meinem Erleben, wie ich Karl kennengelernt habe, dachte ich, habe ich ihn für einen guten gehalten. Also ich war mit ihm befreundet und habe ihn als Freund gesehen. Da ich das Ganze mehr so erlebnisorientiert gesehen habe, also so nach dem Motto, ich fahre nach Hannover und dann kiffen wir und hacken. Das war das, was es für mich ausgemacht hat. Ihr Auftrag, Software auftreiben für den KGB. Gegen gute Bezahlung. Ihr Mittelsmann, Peter Karl, genannt Pedro, kommt mit Bestelllisten der Sowjets aus Ostberlin. Doch liefern können Hübner, Koch und die anderen nur wenig. Denn was ihre Auftraggeber nicht wissen, ihnen fehlt es schlicht an den technischen Möglichkeiten. Ich hatte gar keinen Zugriff auf diese Art von Dingen. Ich habe also meinen Akustikkoppler gehabt und meinen Terminal und meine Zettel, auf die ich die Sachen draufgeschrieben habe. Aber ich hatte gar keine Möglichkeit, in größerem oder überhaupt nur in irgendeinem Umfang Programme zu downzuladen. So wie man das heute macht, dass man irgendwie mal ein paar Megabyte runterlädt, das war für mich völlig undenkbar. Schon allein, weil ich gar kein Medium hatte, auf dem ich das hätte speichern können. Und auch wenn die tatsächlichen Erfolge der sogenannten KGB-Hacker überschaubar bleiben. Allein der Versuch und die folgende Medienberichterstattung reichen aus, um den noch jungen Chaos-Computer-Club fast zu zerstören. Denn Hacken für Geld und dann auch noch im Umfeld des Kalten Krieges ist für die Computerfreaks des Clubs unvereinbar mit ihren Idealen. Die Gründungsmitglieder zerstreiten sich. Es gibt Verhaftungen. Das Vertrauen ist dahin. Also mir war von Anfang an klar, dass da früher oder später auch Leute bei sind, die sich nicht an die Hacker-Ethik halten, also Hack for Money machen oder sich anwerben lassen. Überrascht hat mich das jetzt nicht, muss ich sagen. Wau hat das eher als großen Verrat an der Ethik und so weiter betrachtet. Acht Jahre Arbeit von Club-Übervater Wau Holland an seiner Vision, mit Computern die Welt zu verbessern, scheinen 1989 zerstört. Rückblinde. Im linksalternativen Milieu der frühen 80er steht Holland, der bärtige Mann mit der Latzhose, mit seiner optimistischen Einschätzung der neuen Computertechnologie fast alleine da. Für Linke gelten die Elektronenhirne damals als Werkzeuge zur Kontrolle der Bevölkerung. Der drohenden Aussicht auf einen Überwachungsstaat wollen die selbsternannten Freaks vom CCC eine positive Vision entgegenstellen. 1983 stößt Steffen Vernieri zur Gruppe. Ich bin seit Sommer 83 online und muss sehr feststellen, es gab ja gar nichts. Es gab in Deutschland zwei, drei Telefonnummern, wo man anrufen konnte von Mailbox-Systemen. Und dann bin ich im Dezember 83 zum Chaos Computer Club gekommen, um Kennwörter zu tauschen und stellte fest, dass ich der Einzige war, der welche hatte. Auch nur ein Treffen mit zwei, drei Leuten und dem Bau damals, da bin ich mit dem Bau zusammen essen gegangen, beim Griechen. Und er erzählte halt so von seiner Vision, Computer als Werkzeug einzusetzen. Eine Vision, für die sich außerhalb des CCC damals aber niemand interessiert. Das ändert sich 1984 schlagartig. Der Postminister wird es nicht gerne hören, aber das Bildschirmtextsystem der Bundespost ist nicht einbruchsicher. Bildschirmtext oder auch BTX. So heißt der Internetvorläufer der Deutschen Post, über den schon in den 80ern Bankgeschäfte online erledigt werden können. Für die Hacker vom CCC ein minderwertiges System voller Sicherheitslücken. Im November 1984 treten sie dafür den Beweis an, hacken sich ins BTX-Angebot der Hamburger Sparkasse Haspa. Und schaffen es mit Deutschlands erstem Computerbankraub in alle Nachrichten. Benno Schölermann, damals Vorstand der Haspa, ist der Geschädigte. Das waren Mitarbeiter des ZDF, die, so erinnere ich, zu mir in die Sparkasse kamen und darauf hinwiesen, dem Chaos Computer Club, ein Wort mit negativem Touch, dass die nachgewiesen haben, das System ist nicht sicher. Man kann mit diesem System und man hat mit diesem System bei der Sparkasse einen größeren Betrag zu unserem Nachteil entwendet. Es ging um die berühmten 135.000 D-Mark. 135.000 Mark, die Veneri und Holland zurückgeben. Ihnen geht es nicht darum, sich zu bereichern, sondern sie wollen auf die Sicherheitslücken im BTX-System hinweisen. Bildschirmtext ist in dieser Hinsicht einfach ein katastrophal schlechtes System. Und hat im Gegensatz zu den meisten anderen Kommunikationssystemen noch die Gefahr von direkter finanzieller Schädigung. Bis heute gilt der BTX-Hack als Paradebeispiel der angewandten Hackerethik. Sogar der Bankvorstand ist beeindruckt. Oh, voller Hochachtung bin ich. Und im Grunde genommen bin ich Ihnen dankbar. Aber das habe ich damals, 1984, nicht empfunden. Aber so im Nachhinein, wenn ich die ganze Entwicklung betrachte, wir haben alle Grund anzunehmen, das sage ich jetzt also aus vollem Herzen, wir haben allen Grund anzunehmen, den Chaoten dankbar für diese ihre Initiative zu sein. Sie haben einen Mangel behoben, der zu Schaden hätte führen können, aber der niemandem geschadet hat. Mit einem Mal ist der CCC in aller Munde. Im hessischen Odenwald, im Haus des Verlegers Werner Pieper, nutzen Pieper und Wauholland die Gunst der Stunde und arbeiten an der Ideologie des Chaos Computer Club. Nicht immer ganz nüchtern und eher assoziativ als wissenschaftlich. Was ein Hacker eigentlich macht, konnte ich mir damals nicht wirklich vorstellen, weil ich mit Computern überhaupt nichts am Hut hatte. Aber ich machte Zeitschriften, wo ich häufig Informationen brachte, wo ich vom Gefühl her ahnte, da ist was dahinter. Wauholland geht es auch gar nicht um Piepers Sachverstand. Vielmehr ist der Hacker ein begeisterter Leser der Bücher aus dessen Verlag und wie Pieper fasziniert von der amerikanischen Gegenkultur. Ich bekam einen Anruf von Wauho, den ich persönlich bis dahin nicht kannte. Und Wauho sagte hier, Hasbaku, da hatte ich natürlich geschaltet, was das ist. Und er meinte ja, alle großen Verlage wollen ein Buch mit Ihnen machen. Und er fragt mich, ob ich nicht das Buch mit Ihnen machen will, was mich natürlich verwunderte. Aber er konnte es mir erklären, er hatte mit seinen Kollegen 1978 zum ersten Mal in meinen Zeitschriften über Hacker gelesen. Die erste Hacker-Bibel, das Ergebnis der Bemühungen Hollands und Piepers, erscheint 1985. Darin enthalten ist auch die Bauanleitung für das berühmte Datenklo. Ein Do-it-yourself-Modem, mit dem jeder online gehen kann. Das Tor ins Internet steht damit plötzlich jedem Bastler offen. Das Internet ist in den 80ern noch eine einsame Veranstaltung. Gerade einmal 200 Hosts, also vernetzte Computer, gibt es 1981. Weltweit. Und die gehören ausschließlich Militär- und Forschungseinrichtungen. Auch die Geschwindigkeit des frühen Internets ist mit 300 Baut eher überschaubar. Der Vorteil, man kann bequem am Bildschirm mitlesen, was man herunterlädt. Und Bilder gibt es ohnehin nicht. Kein Wunder, dass in den 80ern nur echte Computer-Freaks online sind. Als 1989 die Grundlage für das World Wide Web geschaffen wird, steht auch das Internet, wie wir es heute kennen, vor dem Durchbruch. Und bis 1990, zum Startschuss des kommerziellen Internets, ist die Anzahl der Hosts bereits auf mehr als 300.000 Rechner gestiegen. In dieser Zeit sind in Deutschland vor allem die Hacker aus dem Umfeld des Chaos Computer Club als Datenreisende unterwegs. So wie Reinhard Schrutzki. Es ist die Zeit vor dem Internet, wie wir es heute kennen. Die wenigen Computer, in die man sich einwählen kann, gehören zu Militär- und Forschungseinrichtungen. Reinhard Schrutzki haben es besonders die Rechner der Raumfahrtbehörde NASA angetan. Seine Triebfeder? Neugierde. Ich habe das Geschenk bekommen, das Passwort. Oder habe selber begriffen, wie der Trick funktioniert, wie auch immer. Insofern schon auch gehackt, aber ich bin nie absichtlich auf einen NASA-Rechner gegangen, um auf dem NASA-Rechner nach Daten zu suchen. Ich habe nur geguckt, was machen die so allgemein. Schrutzki ist überzeugt, das, was er und viele andere auf Rechnern von NASA, ESA oder CERN treiben, ist harmlos. Ein paar Verwaltungsrechner knacken, nicht mehr. Doch dann kommt der 28. Januar 1986. 17.37 Uhr mitteleuropäischer Zeit hob Challenger vom Startplatz in Cape Canaveral ab. Der Start war mehrfach verschoben worden, wegen technischer Defekte oder wegen schlechten Wetters. Dann passierte es. Challenger explodiert in einer Höhe von rund 16 Kilometern. Und dieser Tag verändert für Schrutzki alles. Oh Gott, hoffentlich bauen wir das nicht mit Challenger. Und wie der Zufall so will, irgendeine Datei war auf diesen NASA-Rechnern angeblich, wo es über Probleme an Dichtungen bei Booster-Raketen ging. Und das passt natürlich. Und dann fängt man schon selber an, paranoid zu werden. Und dann war, oh Gott, haben wir da vielleicht doch Scheiße gebaut und wer von uns vielleicht. Oder was einer von den vielen anderen, die da ebenfalls waren, da mittlerweile. Und das war der Zeitpunkt, mit dem Spiel aufzuhören. Zwar stellt sich später heraus, niemand vom Chaos-Computer-Club ist am Tod der sieben Astronauten schuld. Aber damals bekommen es die NASA-Hacker trotzdem mit der Angst zu tun. Wissen selbst nicht mehr, was sie vielleicht angestellt haben könnten. Sie wenden sich an Veneri und Holland. Die Club-Sprecher sollen helfen, die Sicherheitslücken in den NASA-Systemen zu schließen und vermitteln. Zwischen den Hackern, den gehackten Organisationen und Behörden wie dem Verfassungsschutz. Im Herbst 1987 geht der Verein schließlich an die Öffentlichkeit. Die Medien sprechen vom brisantesten Computereinbruch der Welt. Und einmal mehr steht der CCC im Fokus der bundesdeutschen Öffentlichkeit. Hacker aus Deutschland brachen in den letzten drei Monaten weltweit nun wirklich insensible Datennetze ein. Die Namen der Täter sind zwar noch unbekannt, doch der Hamburger Chaos-Computer-Club macht sich jetzt zum Sprachrohr der heimlichen Hacker. Nicht nur die Medien klopfen in der Folge bei Veneri an. Auch die Polizei verlangt Zutritt beim Sprecher des CCC. Mehrfach, obwohl er selbst, nach eigener Aussage, nie auf NASA-Rechnern gehackt hat. 17 Leute hatte ich dann bei mir vor der Tür stehen. Ja, und dann, ja, was machst du dann, ne? Zweite Hausdurchsuchung, hat man ja schon ein bisschen mehr Erfahrung als bei der ersten. Also das übliche Spiel, Ausweise kontrollieren und Leute mit ungültigen Dienstausweisen erstmal hinten anstellen lassen, ne? So, also, ja, dann hast du die Hütte voller Leute. Da liest du den Durchsuchungsbeschluss und sagst dir, das war ich ja alles nicht und das ist auch alles Käse, was da drin steht. Aber es hilft nichts, er wird dann erstmal vollzogen. Die späten 80er sind unruhige Zeiten für den Club. Und genau in diese Phase fällt auch der KGB-Hack um Karl Koch und Hans Hübner, der den Chaos-Computer-Club in seine erste große Krise stürzen soll. Im Zuge der Affäre nimmt sich Koch 1989 das Leben. Hans Hübner hat bis zum Schluss Kontakt zu ihm. Eines Tages lief dann Karl auch wieder mal bei mir auf und hat mich besucht und war ganz offensichtlich verrückt geworden. Also das war für mich so, die Geschichte hat mir erzählt, dass er sich hat taufen lassen und dass er Jesus Christus ist und dass er die heilige Jungfrau Maria gesehen hat. Und also so Sachen, die für mich ganz, ganz weit weg waren, wo ich ganz wenig so, konnte ich nichts mit anfangen. Und ich habe, also es ging ihm ganz offensichtlich schlecht. Es war klar, dass es ihm schlecht geht, aber ich konnte ihm auch nicht helfen. Ich konnte nicht jetzt, ich wusste nicht, was ich tun sollte so. Da war ich also so ganz, also ich mochte ihn, er war mein Freund, aber auf der anderen Seite war er in dem Moment für mich nicht als, also ich konnte, er war ja gar nicht da. Kurze Zeit später ist Koch tot. Am 1. Juni 1989 findet die Polizei seine verbrannte Leiche in einem Waldstück bei Hannover. Tod durch Selbstverbrennung, so lautet das Ergebnis des offiziellen Berichts. Den anderen KGB-Hackern drohen Prozess- und Haftstrafen. Und mittendrin stehen Wau Holland und Steffen Werneri als Repräsentanten des Chaos Computer Club vor den Scherben ihrer Arbeit. Für die Öffentlichkeit sind aus den Helden des BTX-Hack Computerkriminelle geworden. So muss ich in meiner Position als Pressesprecher des Clubs sagen, dass ich an den ganzen Geschichten, die hier erwähnt werden, überhaupt nicht beteiligt war. Und dass ich durch das Vorgehen der Behörden hier meine Existenz sehr extrem bedroht sehe. Dass ich das für unzumutbar halte, denn an für sich geht es ja auch den Weg, da locker drüber zu sprechen, wenn die Herren mal Probleme haben. Aber sie ziehen es anscheinend vor, mich da zu versuchen, in eine kriminelle Ecke zu drängen. Und man muss mal sehen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Seit Jahren beweisen gerade bundesdeutsche Hacker allen voran Mitglieder des Hamburger Chaos Computer Clubs, wie einfallsreich und schnell sie Computersicherungen knacken können. Auf den jährlichen Hacker-Kongressen steht der unkonventionelle und respektlose Umgang mit der Technik im Mittelpunkt. Der Computer bestimmt auch den Hacker-Alltag. Ein Hacker ist ein Freak, der sitzt bis zur totalen Erschöpfung vor seinem Terminal. Was soll's? Trinken, essen, das kostet Zeit, das kostet Rechenzeit. Er versucht, so lange Probleme, die ihm entgegenkommen, zu lösen, bis es klappt. Und das ist nicht das Verhalten eines normalen Benutzers von Computersystemen. Der Club ist diskreditiert. Bernieri muss in Frankreich in Untersuchungshaft. Schrutzki verlässt den Verein. Wauholland zieht es nach Heidelberg, später Thüringen, wo er bis zu seinem Tod 2001 lebt. Ende der 80er ist der Chaos Computer Club erledigt. Und mit ihm auch viele Mitglieder. Dann wurde ich nicht befördert, konnte die Schulden nicht mehr bedienen, konnte dann die Ladenmiete nicht mehr bedienen und dann bin ich vor meinen Schulden geflohen. Und das ist die Höchststrafe, die man verhecken kriegte damals. Auch wenn einige der wichtigsten Personen des CCC nach NASA und KGB-Hack nicht mehr zur Verfügung stehen, aufgeben will den Chaos Computer Club niemand. Andi Müller-Magun steht für den Generationenwechsel an der Clubspitze. 1990 wird er Sprecher, mit gerade einmal 19 und bleibt es 13 Jahre lang. Ein Neuanfang, der den Club bis an die Schalthebel der Republik führt. Ich erinnere mich an diesen Tag auch noch, dass da drei Leute mehr oder mehr danach kommen und mir ihren Rücktritt, ihren Rückzug, ihre Schlüssel und noch kurz die Funktionsverschreibung, was zu tun sei, in die Hand gedrückt haben. Und dann war ich auf einmal Sprecher und Kassenwart und hatte die Mitgliederverwaltung und den Postempfang. Also für mich gab es da keinen Zweifel, dass die Nummer ja weitergehen muss. Und dass der Club mehr ist als jetzt nur ein paar Leute, die mal Stimmung haben und die sich mal zerstreiten. Nicht nur das Personal an der Spitze des CCC ist neu. Auch räumlich verändert sich der Club. Er wird dezentraler. Zwar bleibt Hamburg Sitz des 1986 formell gegründeten Chaos Computer Club e.V., die Entscheidungen werden aber nach der Wiedervereinigung vor allem von der Berliner Regionalgruppe getroffen. Hier findet im Februar 1990 unter dem Namen COCON im Ostberliner Haus der jungen Talente auch der erste gesamtdeutsche Hacker-Kongress statt. Horst Völz, Gründungsdirektor des Ostdeutschen Zentralinstituts für Kybernetik und Informationsprozesse sowie Pionier in der Speichertechnologie, hält dort einen Vortrag. Die Leute vom Chaos Computer Club mussten mich kennen, denn die haben mich eingeladen zum Vortrag. Und wie ich jetzt gerade festgestellt habe, habe ich ein ganz, so würde ich es heute nie mehr benennen, aber habe ich damals einen Vorteil halte, Software muss man klauen. Ich habe die These aufgestellt und konsequent vertreten, sobald wie Software Kultur und Bildungsgut betrifft, hat sie kostenlos zur Verfügung zu stehen. Egal, ob man sie kaufen muss oder nicht, da muss man sie eben klauen. Aber das ist Bildungsgut, das dient der Menschheit. Eine These, die in den Reihen des CCC auf große Zustimmung trifft. Ost und West nähern sich an. Computeramateure aus der DDR finden ihren Weg in den Chaos Computer Club. Viele darunter haben ihr Computerwissen aus den Rundfunksendungen von Völz. Hier erklärt er, wie man BASIC programmiert oder wie die Prozessoren U880 und Z80 funktionieren. Völz ist in gewisser Weise ein Bruder im Geiste von Wauholland. Ebenso überzeugt vom utopischen Potenzial der Computertechnik. Auch wenn die persönlichen Treffen mit Holland nicht ganz unkompliziert verlaufen. Es war schon ein Erlebnis in der Wohnung mit ihm, zusammen auf dem Fußboden zu sitzen. Er war ja nicht bereit, sich auf den Stuhl zu setzen. Er wollte ja nur auf dem Fußboden sitzen. Ich musste mich dann auch auf dem Fußboden sitzen. Meine Frau erinnert sich daran noch ganz königlich, wie er uns in seinem blauen Overall auf dem Fußboden praktisch beorderte, um zu diskutieren. Der CCC scheint in dieser Phase vor allem mit sich selbst beschäftigt zu sein. Rena Tangens, Hackerin der ersten Stunde, ruft bereits 1988 die Hexen ins Leben. Eine Plattform für die weiblichen Mitglieder des Chaos Computer Club. Die frühen Berliner Jahre sieht sie als Rückschritt für die Belange der Frauen innerhalb des Clubs. In Hamburg hatten wir die Erfahrung, dass wir sehr willkommen waren. Die Leute von Chaos Computer Club Hamburg haben sich total gefreut, haben das unterstützt. Diese Haltung hat sich später geändert und zwar sehr deutlich mit dem Umzug des Chaos Kongresses nach Berlin. In Berlin ging sofort der Kampf los, obwohl die Räume da eigentlich größer waren. Da hieß es, wieso wollt ihr einen eigenen Raum, wollt ihr euch von den anderen abspalten? Für die Frauen eine unangenehme Situation, aber eine logische Folge der Entwicklung des Clubs, so Tangens. Denn inzwischen lässt sich im Internet richtig Geld verdienen. Und natürlich sind auch hier CCC-Mitglieder ganz vorne dabei. Ich glaube schon, dass der Club in Berlin so ein bisschen ein Testosteronproblem hatte. Die Sitzungen des Clubs wurden dort in Berlin zu der Zeit auch, wie ist das noch, Schreitherapie genannt. Also dieses Verhalten hat sicherlich auch damit zu tun gehabt, mit dem Gefühl, wir blicken total durch, wir können die Welt erobern. Und einige der Leute dort hatten zu der Zeit Start-ups aufgemacht und sind an viel Geld rangekommen. Und ich glaube, dass das so dieses Masters of the World-Gefühl befördert hat. Und das hat sich, fand ich, recht negativ ausgewirkt auf das Zusammenleben im Club. In der Tat ist auch das Internet der 90er Jahre ein anderes als die Computernetze aus der Anfangszeit des Clubs. Die 90er Jahre sind das Jahrzehnt, in dem sich das Internet endgültig durchsetzt. Das seit 1995 flächendeckend in Deutschland zur Verfügung stehende ISDN-Netz ermöglicht Downloadgeschwindigkeiten von revolutionären 128 Kilobit pro Sekunde. Browser wie der Netscape-Navigator erlauben es auch Laien, im noch neuen World Wide Web zu surfen, wie man damals sagt. Texte, Bilder, Töne können angezeigt werden. Und das Bildformat GIF liefert sogar erste bewegte Bilder. 1997 sind bereits sechs Millionen Rechner weltweit mit dem Internet verbunden. Die deutsche Domain.de zählt 1999 eine Million Websites. Spätestens jetzt wird klar, das Netz ist auch ein Riesengeschäft. Am neuen Markt spekulieren Menschen, die noch nie eine Aktie gekauft haben, plötzlich über Online-Banken mit Technologiewerten. Im März 2000 platzt die New Economy-Blase. 200 Milliarden Euro sind futsch. Aber die Internetbegeisterung hält. Im Jahr 2000 sind 29 Prozent der Deutschen online. Ende der 90er sind also auch ganz normale Bürger von Digitaltechnik umgeben. Und dass diese den Sicherheitsansprüchen des Chaos Computer Club nicht standhält, zeigt der Berliner Hacker Boris F. alias Tron. Er hackt Verschlüsselungssysteme von Telefonkarten, Pay-TV-Systemen und die SIM-Karten des Mobilfunkstandards GSM. Andi Müller-Magun holt Tron zum CCC. Wir haben halt, wie gesagt, das Kopieren von Mobilfunk-SIM-Karten vorgeführt und damit praktisch die Möglichkeit, auf fremder Leutekosten zu telefonieren und auch auf fremder Leutekosten Gespräche anzunehmen. Das war eine komplett neue Dimension sozusagen und es gab natürlich auch viele verbraucherschutzrechtliche Fragen, die daraus resultierten. Was ist denn jetzt, wenn ich auf einmal eine Rechnung habe von mehreren Tausend Euro? Kann ich jetzt nachweisen, dass das vielleicht gar nicht ich war? Am 22. Oktober 1998 ist Tron tot. Er hängt, entdecken ihn Spaziergänger in einem Park in Berlin-Neukölln. Die offizielle Version vom Selbstmord eines weiteren Ausnahme-Hackers aus dem CCC-Umfeld glaubt Müller-Magun nicht. Bis heute beschäftigt ihn der Tod seines Freundes. Er versucht, Antworten auf seine Fragen zu finden, geht Ungereimtheiten auf den Grund, sucht nach Beweisen, dass Tron ermordet wurde. Also das passte einfach überhaupt nicht zur Situation. Das konnte sich keiner von uns vorstellen, dass der jetzt mal kurz sich umgebracht hat. Warum? Es gab ja keinen Grund. Also kein Motiv. Kann man jemanden auch zum Selbstmord bringen? Also kann man den unter irgendwelche Substanzen setzen und sagen, du hängst dir jetzt da hin? Kann man ihn so bedrohen? Die Ermittlungsbehörden bleiben bei ihrer Einschätzung. Selbstmord. Dieses Mal zerbricht der Club jedoch nicht an dem neuen Todesfall. Im Gegenteil. Trons Tod schreckt manchen Hacker ab, sich in undurchsichtige Vorgänge zu verstricken, ist Müller-Magun überzeugt. Und tatsächlich. Mit der wachsenden Bedeutung des Internets für Wirtschaft und Gesellschaft seit dem Ende der 90er Jahre professionalisiert sich auch der CCC. Richtet sich immer mehr politisch aus. Die Nerds sind längst keine Außenseiter mehr, sondern gefragte Experten. Für Datenschutz, Digitalisierung und Bürgerrechte im Netzzeitalter. Der Club hackt nicht länger nur, sondern er wird zum Vermittler von Digitalkompetenz, ist die Expertin für Hacker-Kultur, Doreen Hartmann, überzeugt. Viele Leute setzen Technologie ein und Computertechnologie, eine sehr präsent im Alltag, digitale Technologien, aber oft eben nur aus dieser Konsumentenperspektive heraus. Und das Wissen um die Technologie tatsächlich, wie was funktioniert, das ist eben das, woran es fehlt. Und das ist ja auch letztlich was, wo der Chaos Computer Group ansetzt, nämlich solche Fragen auch präsent zu machen. Was haben wir für eine technologische Grundlage und was kann daraus eben entstehen, sowohl positiv als auch negativ. Es sind Aktionen wie das Project Blinkenlights am Berliner Alexanderplatz, die zeigen, zu was Computer alles eingesetzt werden können. Seht her, so schön kann Computerkunst sein, scheint die interaktive Installation anlässlich des 20. Geburtstages des CCC sagen zu wollen. Man kann Pong spielen, SMS ans Display senden und sich dort anzeigen lassen. Project Blinkenlights findet Bewunderer aus aller Welt, wird 2002 noch größer und noch beeindruckender in Paris vorgeführt. Aber es ist wahrscheinlich der Nedap-Hack, mit dem der Club endgültig in der Berliner Republik ankommt. 2006 weist der Chaos Computer Club gemeinsam mit einer niederländischen Gruppe nach, Wahlcomputer der Herstellerfirma Nedap sind manipulierbar. Und zeigt damit, schlechte Computersysteme können unsere Demokratie gefährden. Nach dieser Enthüllung klopft plötzlich derselbe Staat, den der Verein so häufig bloßgestellt hat, wieder an die Türen des CCC. Dieses Mal aber nicht mit einem Durchsuchungsbefehl, sondern mit der Bitte um ein Gutachten. Das erste Mal, dass wir von Karlsruhe einen Brief bekamen und gebeten wurden, das war damals der Streit um die Wahlcomputer, war für uns natürlich sehr überraschend. Der CCC hatte nicht wirklich eine Postadresse, wir hatten nur so ein Postfach. Und so bekam ich damals an meiner Uni-Adresse so einen großen Brief aus Karlsruhe, da kriegt man die Unterlagen, es ist halt sehr viel Papier. Und dann war die Frage drin, ob wir ein schriftliches Gutachten abgeben würden, denn der CCC hatte eine relativ einmalige Ausgangsposition, denn wir hatten Zugriff zu diesen Wahlcomputern. Mit dieser Anfrage steht im Club damit zum ersten Mal der offizielle Dienstweg zu den Verfassungsorganen der Bundesrepublik offen. Und die Richter schließen sich der Stellungnahme des Clubs nicht nur an, die Konsequenzen gehen sogar weit über die Erwartungen des CCC hinaus. Ein Urteil sagt praktisch, das wird vor allen Dingen ein Grundsatz sein muss, dass der Wähler ohne technischen Sachverstand nachvollziehen kann, wie das Ergebnis zustande kommt. Das ist eine sehr grundsätzliche Sache, die übrigens in anderen Verfassungsgerichten weltweit Anklang gefunden hat. Da war das deutsche Gericht sehr weit vorn. Das war mehr, als wir erwartet haben. Wir haben schon gehofft, auch aufgrund der Manipulationsanfälligkeit, vor allen Dingen aber wegen der mangelnden Nachvollziehbarkeit, dass dieses Gesetz fällt, das also für verfassungswidrig erklärt wird, das aber Gericht so grundsätzlich wird. Und die Technik auf diesem Level einschätzt, haben wir nicht erwartet. Heute benutzen Staat und Verwaltung ganz selbstverständlich Computer. Und daraus erwächst für die einstigen Computeranarchisten vom CCC eine neue Rolle. Denn es fehlt offensichtlich eine glaubwürdige Instanz, die den Einsatz solcher Technologien nach demokratischen Prinzipien kontrolliert. Dieses Vakuum versucht der Chaos Computer Club mit seiner Expertise zu füllen und lässt an seinem Führungsanspruch, die Instanz für Computersicherheit in Deutschland zu sein, keinen Zweifel. So bezeichnet er etwa den designierten Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, schon mal als Cyberclown. Eine Haltung, der auch der Bundesinnenminister schon begegnet ist. Ich finde auch manche Angriffe gegen die Sicherheitsbehörden oder mich, finde ich, sozusagen Jenseits von Gut und Böse. Ich weiß, da wird auch viel von einer Provokation gelebt und da wird es auch interne Konflikte geben. Ein Politiker muss auch mit persönlicher Kritik leben können. Aber es gibt so einen, wie soll ich das formulieren, es gibt so einen sich selbst belustigenden Ton, Der Ton, der vielleicht mit so einem hohen Priesteranklang, wir sind die einzigen, die wissen, was los ist, der ist jedenfalls, zeugt nicht von Reife. Für den Kulturwissenschaftler und Blogger Michael Seemann offenbart sich durch solches Verhalten das Selbstbild des Chaos Computer Club, als überlegene Hacker-Elite. Der Nerd und der Hacker zeichnen sich ja natürlich dadurch aus, dass sie ein spezielles Wissen haben, ein spezielles Wissen um Computer und um Computerinfrastrukturen und wie sie funktionieren und wie sie sicher sind oder wie sie unsicher sind. Und dieses spezielle Wissen haben sie eben der Gesellschaft voraus und verachten auch immer so ein bisschen die Gesellschaft dafür, dass sie dieses Wissen eben nicht hat. Und aus dieser Überlegenheitsgeste oder aus diesem Überlegenheitsgestus heraus entwickelt sich dann eben so eine Illusion, dass man auch kompetent in einem allgemeinen Sinne ist, dass man einen privilegierten Zugang zur Wahrheit hat. Bleibt die Frage, wie die Hacker dieses Wissen einsetzen. Im Falle der Wahlcomputer geht der Nerd-Ansatz des CCC voll auf. Das heißt, aufschrauben, auseinandernehmen, die Defizite benennen. Um so ein Verbot der Wahlcomputer zu erwirken. Doch beim sogenannten Staatstrojaner, einer Software, mit der Ermittlungsbehörden auf die Computerverdächtiger zugreifen und diese überwachen können, erringt der CCC einen zweifelhaften Sieg. Denn als der Club im Jahr 2011 den Quellcode des Staatstrojaners eigenmächtig analysiert, kommt heraus, die Spähsoftware kann viel mehr, als sie verfassungsmäßig eigentlich dürfte. Sie lässt sich durch Kriminelle leicht austricksen und manipulieren. Zunächst wird auch hier die Software verboten. Auf den ersten Blick ein weiterer Erfolg des Chaos Computer Club. Doch für die Ermittlungsbehörden und das federführende Bundeskriminalamt entpuppt sich die Arbeit des CCC trotzdem als Gewinn. Als willkommener Bug-Report, also Fehlerbericht. Diesen Mängelkatalog kann das BKA jetzt abarbeiten und entwickelt seine Quellen-TKÜ-Software, wie der Trojaner in Behördendeutsch heißt, nun einfach selbst. Nun ist es so, dass wir ja in den letzten Jahren die Quellen-TKÜ nicht eingesetzt haben, weil wir zunächst einmal wieder eine Software entwickeln mussten, beziehungsweise auch umprogrammieren lassen mussten, die dann den Voraussetzungen entspricht, die auch das höchste Gericht Deutschlands letztendlich an Voraussetzungen setzt. Wir haben dazu eine sogenannte Standardleistungsbeschreibung entwickelt und die ist für uns der Maßstab. Und das ist für uns auch extrem wichtig, wenn wir wollen ja im digitalen Raum genauso verlässlich und überprüfbar Polizeiarbeit machen wie im analogen. Und insofern halten wir es auch für richtig, diesen Schritt zu gehen, also eine Software dann am Ende einzusetzen, die diesen Anforderungen entspricht. Dieser neuer, sowohl technisch als auch juristisch wasserdichte Staatstrojaner steht bald zur Verfügung, ist der BKA-Präsident überzeugt. Nun, wir haben alle Anforderungen erfüllt, die an diese Software gestellt worden sind. Was den juristischen Bestand angeht, dann ist es so, dass wir die Rechtsgrundlage im BKA-Gesetz haben, diese Software einzusetzen. Ein Dilemma, denn der CCC lehnt staatliche Spähprogramme kategorisch ab. Und trotzdem basiert die neue Version des Trojaners auch auf der Arbeit und Analyse des Chaos Computer Club. Hat der CCC wieder Willen fürs BKA gearbeitet? Der Vorwurf allerdings, wir würden mit der Analyse Leuten, die sich darum kümmern, Spionagesoftware zu optimieren, entgegenarbeiten, möchte ich ganz scharf zurückweisen. Wir haben zum einen eine sehr klare politische Stellungnahme zu unserer technischen Analyse gemacht. Nämlich zu sagen, wir setzen uns dagegen ein, heimlich auf die informationstechnischen Geräten von unbedarften Benutzern, aber auch von Verdächtigen zu spionieren. Aus ganz grundsätzlichen Erwägungen, die wir auch dargelegt haben. Dass man aber aus diesem Grund eine Analyse der Technik nicht machen sollte, hatte ich für falsch. Dass vor allen Dingen aber dieser handwerklich und von der IT-Sicherheit und auch von den Rechtsbrüchen her furchtbar schlecht gemachte Trojaner nicht mehr im Einsatz war, verzeichnen wir als Erfolg. Eines zeigt der Staatstrojaner ganz deutlich. Die Konsequenzen idealistischen Engagements für Computersicherheit sind heute nur noch schwer abzuschätzen. Das Internet ist komplexer geworden. Staatliche und nichtstaatliche Akteure streiten um die Deutungshoheit über das Netz. Darüber, was jeder Einzelne, aber auch Behörden und Staatsorgane im Netz dürfen. Und was nicht. Mittendrin der Chaos Computer Club. Als Lobbyverein für Datenschutz und Datensicherheit im Internet des dritten Jahrtausends. 2015 sind 77,6 Prozent der Deutschen online. Unter den 18- bis 24-Jährigen sogar 99 Prozent. 86 Prozent der 25- bis 49-Jährigen sagen von sich selbst, dass sie auf das Internet nicht mehr verzichten können. Heute verwalten Menschen aller Altersstufen ihre Fotos online, suchen ihre Partner übers Netz und finden sich per Google Maps in fremden Städten zurecht. 8,7 Megabit pro Sekunde ist die durchschnittliche Bandbreite, mit der Menschen in Deutschland heute online gehen. Weltweit haben alle Menschen gemeinsam im Jahr 2015 rund 8.500 Exabyte, also 8.500 Trillionen Byte an Daten generiert. Und 60 Exabyte pro Monat fließen durch das Internet. Und die Hälfte davon sind Videos. Von Netflix oder YouTube. Tendenz steigend. Und nicht wenige dieser Daten landen auf den Spionagerechnern der Geheimdienste NSA und GCHQ. Seit Edward Snowden 2013 das wahre Ausmaß der Internetüberwachung öffentlich gemacht hat, beschäftigt der sogenannte NSA-Skandal auch Deutschland. Martina Renner sitzt für Die Linke im NSA-Untersuchungsausschuss. Ohne fachliche Unterstützung, zum Beispiel vom Chaos Computer Club, wäre diese Arbeit kaum zu leisten. Wir sind zum Teil keine Informatiker und Informatikerinnen, sondern brauchen tatsächlich auch den Sachverstand unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber natürlich auch von Externen, die uns helfen, das zu verstehen, was in den Snowden-Dokumenten steht, was wir in den Dokumenten des Bundesnachrichtendienstes vorfinden und eben auch zu überprüfen, was davon richtig und falsch ist. Das ist nicht so einfach, aber ich finde, dass dieser Ausschuss sich sehr tief mittlerweile in die Materie eingefunden hat. Renner weiß, als Mitglied in einem Geheimdienst-Untersuchungsausschuss sollte man gut überlegen, wo man sich Rat holt. Wenn wir den CCC nicht hätten, wären wir auf andere Institutionen angewiesen, denen ich noch viel weniger vertraue. Das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, zuständig auch für uns als Bundestag, auch für die Sicherheit der Abgeordneten in solchen Ausschüssen, ist eine Gründung des Bundesnachrichtendienstes. Bis heute arbeiten da Leute, die ehemals aus dieser Behörde kamen und auch die Philosophie eines Geheimdienstes mitbringen. Im Kern ist es eine Behörde, die dem Innenministerium unterstellt ist, weisungsbefugt ist durch den Innenminister. Und das wird, mal ganz ehrlich, der Letzte sein, der sagt, wir werden schulungslos aufklären, welche Schweinereien hier von Geheimdiensten, insbesondere des Bundesnachrichtendienstes oder aber auch anderer Dienste begangen wurden. Der Chaos Computer Club hat es also geschafft. Er ist unentbehrlich geworden. Seine Kompetenz wird nur selten angezweifelt. Aber je weiter sich der CCC auf das politische Parkett vorwagt, desto größer ist natürlich auch die Macht, die der Club mit seinen über 5000 Mitgliedern trägt. Und diese Macht ruht auf nur wenigen Schultern. Dem Sprecherteam um seine Aushängeschilder Konstanze Kurz und Frank Rieger. Das, was heute sozusagen die Repräsentanten des Clubs sind, die nach draußen hin agieren, dass deren Rückkopplung in die internen Prozesse ja stark ausbaufähig ist. Um das zu sagen, in der Gesamtorganisationsstruktur gibt es ganz klar Probleme und Defizite. Und das, was man da heute sozusagen für den Club spricht, das ist leider nicht immer rückgekoppelt mit der tatsächlichen Diskussion im Club. Ich glaube schon, dass es dort eine Art Demokratiedefizit gibt im Club, die das durchaus problematisch sein kann. Ich glaube, dass die Sprecher, wenn sie von der Politik oder von der Justiz zu Rate gezogen werden, durchaus gute Ansprechpartner sind. Also das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ich glaube aber, dass dieser Mangel an Transparenz und der Mangel an, sage ich mal, nachvollziehbaren Strukturen, auch von außen nachvollziehbaren Strukturen, der Mangel an demokratischen Strukturen, also die Legitimation beispielsweise der Sprecher und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das schon ein Problem ist. Seemanns Vorwurf, der Club ist meritokratisch. Das heißt, Leistungen und Verdienste zählen mehr als Wahlen und Debatten. Für die Sprecherin kein Problem. Für mich ist der Begriff Meritokratie kein Schimpfwort. Und er bedeutet ja eigentlich, dass die in einer Community sehr angesehen sind, die viel Wissen haben, die aber Erfahrung auch gern weitergeben und die letztlich sich auch verdient gemacht haben in einer gewissen Weise. Ich glaube schon, dass diese meritokratische, die Hacker-Szene geprägt hat, schon bevor es viel Öffentlichkeitsarbeit gab. Natürlich ist das Sprecherteam heute auch für viele der inhaltlichen Arbeiten des CCC mitverantwortlich. Das ist richtig, die Sprecher sind nicht gewählt. Wir haben aber natürlich einen gewählten Vorstand. Es gibt ja sozusagen vereinsrechtliche Mitgliederversammlungen und so weiter. In den 35 Jahren seines Bestehens hat sich der Chaos Computer Club von einer kleinen Gruppe Computerfreaks zum größten Hacker-Verein Europas entwickelt. Der CCC ist heute mehr als ein Club für und von Computerbastlern und Lötkolben-Enthusiasten. Er ist auch eine einflussreiche Lobbygruppe, die Datenschutz-, Datensicherheit- und Verschlüsselungstechnologie propagiert. Und auch wenn der Chaos Computer Club bis heute den eigenen Mythos der anarchistischen Hacker-Community auf Events wie dem Chaos Communication Congress zelebriert, so ist doch klar, für Chaoten ist an der Spitze des Vereins schon lange kein Platz mehr. Vielmehr vertreten Wissenschaftlerinnen oder Unternehmer und Experten aus dem Bereich IT-Sicherheit den Verein nach außen. Damit scheint zwar gewährleistet, dass Verfassungsgericht, Parlamente und Untersuchungsausschüsse vom CCC kompetent beraten werden. Von einer demokratischen Struktur, die dem gewachsenen Einfluss des Clubs Rechnung trägt und die vor allem die Macht der Sprecher kontrolliert. Davon ist der Chaos Computer Club im Jahr 2016 aber weit entfernt. Also wenn der Service ist, werden wir hier in der Schleifung mit den Blumenkartnerin oder ein paar Wagen, dass wir hier in der Wirtschaft noch nicht vorbereiten sollen.